Bevor das Video startet, folgt mir gern auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links alle in der Kanalbeschreibung und unter jedem Video. Würde mich sehr freuen. Lasst mich auf Twitch die 100 Follower voll machen. Lasst mich auf TikTok die 1000 Follower voll machen. Und ja, jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder eine Map, eine Jump'n'Run-Map, Deathrun-Map, wie man sie auch immer nennen mag. Und ihr seht, ich bin schon im Lattestream. 75 Level Easy, Deathrun. Und wir werden gleich mal reinschauen, wie diese Map ist. Map-Code gibt es hier in der Videobeschreibung. Und ja, geht's direkt los? Wir gucken. Nö, wir starten die Map. Und dann lege ich mal auch schon los. Session Creator, Stealth, was? Stealth, ZZ? Stealth, Stealth, Stealth. Keine Ahnung, wie das sich ausspricht. Ist auch gerade egal. Wir legen los. Es gibt auf dieser Map keine XP. Okay. Kann man sprinten, ne? Ja, man kann sprinten. Sehr schön. Das jetzt ist ja noch recht easy. Ähm. Ich hab's kaum gesehen. Ich wusste, was das der Fall ist. Ich wollte es euch nur zeigen, ne? Oh nein. Gemeistert. Das war knapp. komm, wir nehmen es mal mit, bounce, bounce, ja, da ist eine Falle, und ja auch, ich wusste das, 25 Level Complete Continuum, mach mal, da muss man schnell sein, alles klar, herzlich willkommen, so, und das, ah, schau an, oh nein, hab's geschafft, okay, äh, ah, mir liegt nichts von oben dabei, oh, nö, diese Fallen von oben mag ich halt überhaupt nicht, da weiß man nie, was denen im Kopf vorgeht, nein, ich hab's, ja, ich hab's geschafft, haha, nein, ich hätt's fast geschafft, warte mal, geil, komm, man, das will ich ein bisschen, Tricks mal halt ein bisschen rum, okay, oben geht's nicht lang, das war mies, Alter, die war echt mies, ähm, ich wusste, was das dann Fall ist, ich hab's noch gesehen, das Einschätzt ist aber immer ein bisschen so, ja, okay, okay, das war falsch, dann gehen wir da lang, das war auch falsch, das war auch falsch, okay, ich geh mal durch die goldene Mitte, und rechts, und links, äh, woher wusste ich das? okay, okay, haben wir, haben wir ja schon über die Hälfte durch, ja, hallo, jetzt, he he, he he, was, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, Nein! Ähm, wie soll ich denn das machen? Okay, wir versuchen erstmal nur 15-Tricks, geht nicht, okay, Nein. Hä? Ja. Das geht auch nicht. Aber hä, wie soll ich denn das machen? Jetzt mal ohne Mist. Hä? Wie? Wie? Mach mal so. Nein, zu weit. Oh nein, ich muss den Quark noch mal machen. Hä? Ich habe das gar nicht ausgelöst. Ne, warte mal, das hinten habe ich nicht ausgelöst. Jetzt haben wir es ausgelöst. So. Schade, dass es hier kein XP gibt. Aber gut, es soll ja auch nicht auf jeder Map XP geben. Äh, wie soll ich das jetzt schaffen, bitteschön. Nein, am Ende. Nein, am Ende. Okay, Moment. Sprinten. Ja, das wird nix. Irgendwie war mir das klar, dass das nix wird. Und... Nein, zu langsam. Nein. Nein, zu langsam. Hä? ja ja das mag ich ja auch kommen kann man das ja austrick nein kann man nicht austrick scheiße ok also mitte rechts links rechts links bla 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 nein ich bleibe immer an der kante hängen ja geschafft so jetzt wird es wieder einfach irgendwo her wusste ich das wir haben die 75 stelle completed schöne interessante und einfache map vor allem ist das cool gibt es in der video beschreibung habe ich ja schon am anfang gesagt und ja wenn es euch die mehr gefallen könnt ihr sie gerne auch spielen ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne resttag und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten video bis dann bleibt uns spannend nächsten tag und bye bye